Martin Schulz ist ein deutscher Politiker, der insbesondere auf europäischer Ebene aktiv ist. So ist er seit Januar 2012 mit Unterbrechung Präsident des Europäischen Parlaments und seit 1994 Mitglied des Europäischen Parlaments. Zur Europawahl 2014 war er Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten der Sozialdemokratischen Partei Europas und Spitzenkandidat der SPD. Er war zudem auch Vorsitzender der S&D-Parlamentsfraktion. Herkunft, Ausbildung und berufliche Tätigkeit. Schulz' Vorfahren waren im Bergbau tätig. Er wurde 1955 als Sohn eines Polizisten in Herat, damals Ortsteil von Kinsweiler, geboren. Von 1966 bis 1974 besuchte er das private katholische Heiliggeist-Gymnasium der Missionsgesellschaft der Spiritaner im Bruchweidener Ortsteil, Bräuch. Dass er nach der 13. Klasse mit der mittleren Reife verließ. Er wollte ursprünglich Profifußballspieler werden. Nach einem Jahr der Arbeitslosigkeit absolvierte Martin Schulz von 1975 bis 1977 eine kaufmännische Ausbildung als Buchhändler. In den folgenden fünf Jahren war er bei verschiedenen Verlagen und Buchhandlungen tätig, bis er im Jahre 1982 eine eigene Sortiments- und Verlagsbuchhandlung in Würselen gründete, deren Mitinhaber er bis 1994 war. Politischer Werdegang Im Jahre 1974 trat Schulz im Alter von 19 Jahren in die SPD ein, engagierte sich bei den Jusos und wurde 1984 in den Würselener Stadtrat gewählt, dem er knapp zwei Wahlperioden bis 1998 angehörte. 1987 wurde Schulz Bürgermeister von Würselen. Mit 31 Jahren war er damals der jüngste Bürgermeister Nordrhein-Westfalens. Dieses Amt hatte er bis 1998 inne. Bei der Europawahl 1994 wurde Schulz ins Europäische Parlament gewählt und war zwischen 2000 und 2004 Vorsitzender der deutschen SPD-Landesgruppe. Seit der Europawahl 2004 hat er den Vorsitz der sozialistischen Fraktion im Europaparlament inne. Er folgte in dieser Position dem Spanier Enrique Baron Crespo. Seit dem 13. November 2009 ist er neuer Europa-Beauftragter der SPD, um die Koordinierung der Parteiarbeit mit der EU-Politik gebene zu verbessern. Er ist ferner Mitglied der überparteilichen Europa-Union Deutschland. Nach der Europawahl 2009 erreichte Schulz Aufmerksamkeit, als er eine schnelle Zustimmung seiner Fraktion zu einer zweiten Amtszeit der Kommission Barroso verhinderte und stattdessen zusammen mit dem grünen Fraktionsvorsitzenden Daniel Kohn bändet den belgischen liberalen Geifer-Hofstadt als Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten ins Spiel, brachte. Später lockerte Schulz jedoch seinen Widerstand und forderte nur noch, dass Barroso auf bestimmte politische Bedingungen der Sozialdemokraten eingehen müsse. Im Gegenzug kam es zu einer informellen Einigung zwischen der konservativen EVP und der SPE. Nach der Schulz im Jahr 2012 dem polnischen EVP-Mitglied Jasibuc als Präsident des Europäischen Parlaments nachfolgen sollte. Anfang Juni 2011 kündigte Schulz auch formell an, dass er für dieses Amt kandidieren wolle. Am 17. Januar 2012 wurde Schulz bereits im ersten Wahlgang mit der erforderlichen Mehrheit zum Präsidenten des Europaparlaments gewählt. Bei dem Parteitag der SPD im September 2013 wurde er mit knapp 98% zum Europabeauftragten gewählt. Er erzielte mit Abstand das beste Ergebnis des neuen SPD-Vorstands. Am 1. März 2014 wurde Martin Schulz auf dem Kongress der Europäischen Sozialisten mit 91,1% der Stimmen zum gemeinsamen Spitzenkandidaten für die Europawahl 2014 gewählt. Er strebte die Kommissionspräsidentschaft an. Allerdings ging die Fraktion aus der Wahl nur als zweitstärkste Kraft hinter der Europäischen Volkspartei hervor. Die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament wählte in ihrer Sitzung am 18. Juni 2014 in Brüssel Martin Schulz zum Vorsitzenden der Fraktion. Dieses Amt legte er nieder, als er am 1. Juli 2014 mit 66,8% erneut zum Präsidenten des Parlaments gewählt wurde. Schulz war seit der Europawahl 2004 Vorsitzender der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas. Diese Fraktion trägt seit der Europawahl 2009 den Namen Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament. Er wurde am 13. November 2009 zum neuen Europa-Beauftragten der SPD gewählt. Schulz ist zudem Visepräsident der sozialistischen Internationale und mehrfacher Ehrendoktor. Kontroversen Am 2. Juli 2003 kam es im Europaparlament zu einem Eklat, als Schulz den anwesenden italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi in dessen Doppelfunktion als Regierungschef und Medienunternehmer scharf kritisierte und dabei von einem Virus der Interessenskonflikte sprach. Berlusconi schlug ihm daraufhin vor er solle die Rolle des Capo in einem KZ-Film übernehmen, der in Italien gedreht werde. Herr Schulz, ich weiß, dass es in Italien einen Produzenten gibt, der einen Film über Nazi-Konzentrationslager dreht. Ich werde Sie für die Rolle des Capo empfehlen. Sie sind perfekt. Silvio Berlusconi Diskussion im Europaparlament am 2. Juli 2003 In der daraufhin entstandenen Diskussion im Europaparlament wollte Berlusconi diese Äußerung als Witz verstanden wissen. Er habe auf die Namensähnlichkeit zwischen Schulz und dem gutmütigen Kriegsgefangenenlager auf Seher Schulz aus der Fernsehserie ein Käfig voller Helden anspielen wollen. Eine am 12. Februar 2014 auf Deutsch gehaltene Rede, in der er auch den israelischen Siedlungsbau kritisierte, wurde von rechtsgerichteten Abgeordneten der Knesset und vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, der ihm eine selektive Wahrnehmung und einseitige Sicht auf den Nahostkonflikt vorwarf scharf kritisiert. Schulz' Frage hinsichtlich der gerechten Verteilung des Wassers wurde von der israelischen Botschaft in Berlin als uninformiert kritisiert. Die gesamte Fraktion der nationaljüdischen Regierungspartei Habachita Yehudi verließ noch während Schulz' Rede tumultartig den Sitzungssaal. Der Wirtschafts- und Handelsminister Naft Ali Bennett nannte die Ansprache eine einzige verlogene Moralpredigt. Auch die Ministerin für Kultur und Sport Limor Liefnat war entrüstet. Dahingegen distanzierten sich die Vorsitzenden der linken Oppositionsparteien C. H. Wagallon und Cicciak Herzog von den Vorgängen im Parlament. In Deutschland wurde die Rede in Politik und Medien kontrovers diskutiert. Elmar Broek, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik im Europäischen Parlament, bezeichnete eine etwaige Nicht-Erwinnung der Raketenangriffe der Hamas als einen Fehler. Das Verlassen des Parlaments durch einige Abgeordnete jedoch auch als Überreaktion. Schulz selbst wies darauf hin, dass auch US-Außenminister John Kerry eine ähnliche Reaktion erfahren habe. Am Ende hätten Abgeordnete aus mehreren Fraktionen auch Regierungsmitglieder stehend applaudiert. Privates Martin Schulz ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er lebt in Würselen. Neben Deutsch spricht er auch Französisch, Englisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch und Rheinisch. Laut Spiegel alle fließend. Ehrungen und Auszeichnungen 2006 Bundesverdienstkreuz 1 Klasse 2008 Großes goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich 2009 Ehrendoktor würde der Staatlichen Technischen Universität Kaliningrad. Die Universität zeichnete ihn damit für sein langjähriges Engagement für die Verbesserung der europäisch-russischen Beziehungen und für seine Unterstützung beim Aufbau des bislang einzigen interdisziplinären und interkulturellen Europa-Studiengangs in Russland aus. 2010 Offizierskreuz der Französischen Ehrenlegion 2012 Schwarzkopf Europapreis der Schwarzkopf Stiftung Junges Europa 2012 Gekuman des Jahres in der Kategorie Politik 2012 Europa-Lilie der EU-D-Hauptstadtgruppe Europa Professionell 2012 Wenzel-Yaksch-Gedächtnispreis der Seliger Gemeinde 2012 Sonderordnerischer Grenzland-Schild der Karnevalsgesellschaft Oülle 2012 12 Ehrendoktor würde der Istanbul-Bilgi-Universitesi Die türkische Privatuniversität zeichnete ihn damit für seine Bemühungen um die europäische Integration aus. Seine Beachtung universeller demokratischer Werte und bürgerlicher Freiheiten erfuhr dabei eine besondere Betonung. 2013 Lachender Amtsschimmel des Deutschen Beamtenbundes 2013 Politik gehört als Politiker des Jahres des Magazins Politik und Kommunikation 2013 Goldenes Karussellpferd der Arbeitsgemeinschaft der Schaustellervereine NRW für seine langjährigen Verdienste um die europäischen Volksfeste 2013 Ehrendoktor würde der Hebräischen Universität Jerusalem 2014 Am 26. Februar 2014 erhielt Schulz die Ehrendoktor würde der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Die Initiative ging von der Fakultät für Sprachliteratur und Sozialwissenschaften aus. In der Begründung heißt es, Martin Schulz setzt sich seit vielen Jahren für die europäische Integration ein und äußert sich auch zu heiklen Themen. In seinem kürzlich veröffentlichten Buch »Der gefesselte Riese Europas letzte Chance« fordert er eine verstärkte Demokratie und soziale Gerechtigkeit in der Europäischen Union. Ziele, die in Übereinstimmung mit der Ausrichtung unserer Hochschule stehen. 2015 Am 20. Februar 2015 wurde Martin Schulz von Bundeskanzler Werner Faymann mit dem großen goldenen Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. 2015 Am 14. Mai 2015 erhält Schulz den Internationalen Karlspreis zu Aachen in Würdigung seiner bedeutenden Verdienste um eine Stärkung der Parlamentarisierung und der demokratischen Legitimation in der Europäischen Union und in Anerkennung seiner Rolle als wichtiger Vordenker der EU. 2015 Am 8. Oktober 2015 erhielt er den Hammerpreis 2015 der Kreishandwerkerschaft Mainz-Bingen die Laudatio hielt Karl Lehmann. 2015 Am 24. Oktober 2015 wurde Martin Schulz Ehrenbürger der Stadt Würselen.